Herzlich Willkommen im Golfclub Husmar Wucht. Wir freuen uns sehr über ihre Neugierde und über ihr Interesse an unserem Verein. Wir haben momentan zurzeit etwas über 600 Mitglieder zwischen unter 10 bis 70 und weit über 70, was nur zeigt, dass es etwas ist für alle Altersklassen und dass man spielt bis ins hohe Alter bis zum letzten Tag. Ganz besonders stolz sind wir auf unsere Jugendarbeit hier und vor allem auch jetzt auf die, in Verbindung mit dem Landessportverband und dem Golfverband Schleswig-Holstein, auf die Förderung Familie in Bewegung. Was mir so gut am Golfen gefällt ist, es sind viele Dinge, aber es ist die Präzision dieses Spiels, die Präzision in die man gezwungen ist, die einen dazu führt, einfach alles zu vergessen und einzutauchen in die Welt, die nur geprägt ist von dem Menschen und seinem kleinen weißen Ball. Und ganz am Ende für mich ist es auch die Möglichkeit, ganz egal was das Leben dir angetan hat, loszugehen und den kleinen weißen Ball büßen zu lassen für all das, was du an Widrigkeiten erfahren hast. Ein traumhaftes Stückchen Natur ist im Endeffekt ein Erholungsgebiet, wie unser eigener Garten, nur ein bisschen größer. Ein Stückchen Natur, wie es feiner gar nicht sein kann. Wir haben hier, ich glaube 90 Prozent der Hasen noch Frieslands leben hier und wir haben hier acht Rehe mit ihren Kitzen und sogar drei Goldarmerpärchen, die hier bei uns auf dem Platz brüten. Das macht uns sehr stolz. Und man kann es wirklich in Leife leben, wie schön Natur sein kann, in die man durchläuft und einfach ein Teil ist mit den Arten, die hier leben. Also ich hätte zuerst gedacht, dass es eher etwas für ältere Leute ist, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Also es bringt auch Spaß, einfach nur zuzugucken. Und wenn man dann natürlich ins Loch spielt, das ist echt toll. Ja, dieses Gefühl ist echt toll. Als hätte man so gewonnen und so. Das ist echt ein tolles Gefühl. Ja, mir hat es heute außerordentlich gut gefallen und das war ein guter Tag, eine Bereicherung.